Advent, Advent, das zweite Lichtlein brennt. Der Herr machte sich jemand auf, den jeder kennt. Der Nikolaus, der Nikolaus, zieht heute von Haus zu Haus. Schaut, ob dieses Jahr auch alle brav waren, denn wenn nicht, kommt sein Gefolge mit langen Haaren. Aber Achtung, Krampusse scheuen nicht und tun dann schlichtweg ihre Pflicht. Um sich zu vergewissern, ob das Team des Zehnerhauses auch wirklich brav war, kommt heute daher die ganze Schar. Im Zehnerhaus machten alle die Ohren auf. Führt ihr das auch? fragte Helmut darauf. Plötzlich tritt der Nikolaus mit seinem Gefolge in Erscheinung und alle vom Team warnt derselben Meinung. Der Nikolaus, der Nikolaus ist nun im Zehnerhaus. Wart ihr auch brav dieses Jahr? Natürlich, antworteten sie als Schar. Daher bekamen alle etwas Kleines als präsent, damit sie brav bleiben, wie man sie kennt. So zog der Nikolaus und sein Gefolge weiter und im Zehnerhaus bleibt die Stimmung lustig und heiter. Da alle das Jahr über so brav waren, wurde niemand geschlagen. Daher mussten die Krampusse aus unserem Zehnerhaus verschwinden. Aber keine Sorge, in Bad Radkersburg wird man sicher ein paar Schlimme finden. Einen besinnlichen zweiten Advent wünscht das Zehnerhaus Team. Die Krampusse Die Krampusse Die Krampusse